hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge von vanilla minecraft dabei sind wieder exilienz und der andy das ist hemmungslos verlaufen hat und ich jetzt abholen muss irgendwie kriegen wir das schon hin aber erst was essen du sagst 100 ja 187 an der z-achse ich bin jetzt bei 347 z-achse ja ich muss erstmal die y-achse richtig einstellen bei mir ach y bin ich auf die x-achse meinte ich so x-achse bin ich jetzt bei 96 ok und jetzt puttel ich mich einfach so stumpf durch und warte geht's wow hi lava wie geht's gott zum glück ich habe das noch gesehen holy shit gott 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 Autsch. Ach, nee. Äh, zack. Toll. Oh, ich habe noch Quarz gefunden. Meine, 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 meine. so also ich bin jetzt auf der zeit bei 290 300 stimmte sind geförsen 351 z 340 bin ich jetzt gekommen hast du gehört 351 bin ich jetzt jeder muss über mir sein wahrscheinlich und ich sechs 154 187 gut dann packen wir uns hier rein wenn du den hörst sind wir eigentlich in der nähe ja ich seh dich ich sehe dich nicht hör dich ich habe mich gerade trinken gehört kommst du jetzt mit oder willst du jetzt hier noch einen kaffee grenzen halten komm mit hier hoch müssen wir ja schon ein stück nebenbei noch nebenbei noch ein bisschen quater bauen ja ja mach ich so das auch noch aber hochstagen kannst du dich alleine na ja noch dabei genug quatsch richtig damit könnt ihr mich gar nicht ärgern richtige richtung ne hoch hoch weil ich habe 964 stags quarts erz mit und ich weiß was ich habe Pilze. Ah, komm mal her. Ich habe derzeit keinen Stick frei, aber warte. Du hast gerade Pilze aufgesammelt. Ja, der Stick ist aber fast voll. So. Hinter dir. Bist du? Hast du jetzt alle Bilder aufgesammelt? Ja. Danke dir. Dann bitte bitte. Ach ja, jetzt ist mal der Arschloch. Wobei. Nee, ich meine jetzt gerade meinen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe mich jetzt eigentlich schon richtig in der Lava fliegen sehen. Nee, so unfähig bin ich heute nicht. Das Problem ist, ich bin es manchmal. Nicht nur du. Nur den gefallen wollte ich dir heute nicht tun. Mist. Na, da hast du noch Feuerschütztränke. Da geht's ja. Richtig. Weg hier. Raus hier. Das war mir zu viel Abenteuer für einen Tag. Ich danke. Ich danke für die Rettung. Na super, ich konnte... Na doch. Ich konnte gerade soeben noch schlafen. Boah, es ist wohl gerade schon wieder dunkel. Ich seh's. Ich weiß nicht, wie weit, wie, 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 wie viel Level kann ich denn bei Ninestags? Müsst du es eh noch? Ja, schon einiges. Bist du aber noch nicht weiter. Olli, ich komme gerade rein. Bin noch nicht weiter, Alter, das... Oh, Fresse? Olli, kommt in den Test, oder was? Ist schon rum. Ah, okay. Olli? Ah, ein Kollege von uns. Der ist noch nie weitergekommen, kann das sein? Ich seh noch nichts hier. Na hier, neben dir. Da. Der ist doch noch nicht. Oh Gott, ich bin weg. Ah, stimmt. Ich hab ja auch keinen Schwert, ich hab mit der Schaufel geschlagen. Richtig. Das hab ich nie gesehen. Du hast mich einfach von hinten errückst. Und hinten mit der Schaufel anmorden wollen. Warte mal, warte mal. Das war der Butler im Esszimmer. Mit der Schaufel. Ja, genau. Nee, Cluedo. Wie heißt das? Cluedo. Machst du... Ey, 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 ey! Schmeiß das nicht... Ich schmeiße das nicht in mein... In mein... In mein... Bahnabstellgedöns... Teil da... Ja, ich geh jetzt mal in den Mülleimer. Ich will ich ja gehofft haben, ohne Witz. Ey, hier läuft ein Schaf rum. Du hast ein Schaf freigelassen. Nö. Das ist durch den Zaun gebackt. Okay. Kann passieren. Wir sprechen... War man scharf. Wir sprechen hier immer noch über Minecraft, ne? Richtig. Richtig. Die Bugs sind uns bekannt. Wir arbeiten auch kräftig daran. Wir werden erst nächstes Jahrtausend fertig damit. Ja, allein wenn du überlegst, sie brauchen ein Jahr für vier neue Blöcke. Ja, das ist... Sorry, dass ich jetzt so eiskalt sage. Das ist aber Microsoft. Was erwartest du? Nee, das ist aber immer noch das Entwicklerstudio von Mojang. Ja, aber unter der Leitung von Microsoft. Äh, Microsoft. Entschuldigung. Mikro-Duft darf man in der Klippe gar nicht sagen, oder? Keine Ahnung. Ich schloss immer wieder. Weil es... Weil es aber eben halt passt. Das ist ja gerade der Witz. Wenn die ganzen Spiele zum Beispiel nicht nur unter Microsoft, sondern eben halt auch unter Linux laufen würde, ich würde definitiv Linux bevorzugen. Würde ich mich anschließen. Schon alleine Windows 10, dass das mit dem Ausspielen hier und das ist, das ist so krank. Ach, du wirst es überall ausspielen. Ja, das oder so. Aber wenn ich mir mal überlege, was habe ich gehört? Wenn du die AGPs von Microsoft hier akzeptierst, dann können die durchsuchen die deine Platte auf zum Beispiel Spiele, die du gekriegt hast. Und die schreiben sie dann so um, dass du die gar nicht mehr verwenden kannst. Ja und? Zum Beispiel. Man sollte sich halt immer originale Spiele kaufen. Nur, nur, nur. Wie ist das? Nur Raubkopien. Ist es... Ach, scheiß drauf. Wie ist das Spruch aus der Werbung? Nur legal ist... Was? Wie ging es da weiter? Die Frage. Aber es ist ja eben halt nicht nur wegen, 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 wegen Spiele. Es ist ja eben halt auch Musik oder Filme, die du dir wirklich, auf Deutsch gesagt hast, sicherheitskopie auf deinen Rechner gejagt hast. Selbst das dürfen die da umschreiben. Das darfst du ja. Ja, das darfst du zwar. Aber das Problem ist eben halt, Microsoft... Wow. Bällt sich da aber eben halt das Recht vor, dass die selbst das umschreiben dürfen. So, blöderweise ist es eben halt halt gesetzt. Wenn es erlaubt, dass du eben halt eine Sicherheitskopie von deinen DVDs machen darfst. So, und wenn die das dann aber eben halt umschreiben, wie wir wüssten, dann bitte ich ja noch die Sicherheitskopie dir dann angucken. Deswegen habe ich das alles auf extern festgeplant. Andi, willst du da mal was Lustiges sehen? Was denn? Musst du mal in mein Haus kommen? Ich bin gerade am Platz aufbauen. Bei Stefan oben in der Halle. Bin ich auch bei mir in mein... Na gut, nenn das mal eine Halle in meinem Raum, wo... Okay, ich hab... Hä? Der kleine Raum da. Ich hab die ganze oberen Etage dafür. Na, ich hab den kleinen Raum, den du mal mit, 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 mit Quarz vollgemacht hattest. Da wird's an der ganzen Geschichte, der Raum ist gleich voll. Da gibt's kein Problem, ist so dunkel hier drin. Oh, das war's im Endeffekt schon wieder. Die Folge ist vorbei. So ne Sauerei. Ich würd sagen, viel Spaß beim Zugucken. Wenn's euch gefallen hat. Ich würd mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.